So, jetzt ist es schon nicht mehr Winter hier. Jetzt haben wir den Frühling. So, jetzt haben wir den Frühling. Ja, die sieht ein bisschen trübsinnig aus, habe ich ja das Gefühl. Aber es war ja... Oh, ein Familienfoto. Vergibt uns. Oh Gott. Ja, da hat wohl jemand keinen Ausweg mehr gesehen. Ja. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Ja. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Ja. 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 sowieso zu Ende. Ich bin hier überall eine verwaiste Quarantänezone. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das so verwaist hier ist. Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Komm schon. Vielleicht geht es hier durch. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir hatten ja keine Ahnung. Wir hatten ja keine Ahnung. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ja, aber erstmal an die Leiter herankommen, Kollege. Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... schon gut. Oh. Und auf geht's. Wo ist sie denn mit ihren Gedanken? No, es ist... Okay. Oh, mein Gott. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Deswegen lässt sie das einfach fallen. Mann, Elli. Was ist denn da? Soll das ein Scherz sein? Weil hier keiner ist, oder warum macht sie jetzt so einen Effekt? Ach! Eine Giraffe! Komm! Vereilung! Was zur Hölle? Abgefahren! Abgefahren! Wow! Siehst du das? Das ist so gut, schon gut. Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo? Das ist echt cool. Oh, wo ist die hin? Hier, komm, hinterher. Langsam, Kleiner. Komm schon. Oh, Mann. Wow. Das ist wieder das, Mann. Und? Ist es so, wie du sehr oft hast? Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aufsicht ist echt klasse. Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aufsicht, die aufsichtbar sind. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Hörst du, du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Elli, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Der Schlüssel. Wenn wir doctrinen, weiß ich nicht, was wir aber nicht bleiben. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wo man hinsah Alle suchten hier nach ihren Angehörigen Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren Zu verlieren, was man so liebt Tut mir leid, Joel Schon okay, Ellie Und wo man so liebt Yeah, Wachenstufe 5 erreicht's Und wo man so liebt Oh, hier kann man sich nur... Ah, hier ist eine Werkbank Salt Lake City, Quarantäne-Zone-Karte Das ist ein guter Platz Ich mag das Jackewehr Das ist doch ganz gut Ich hab doch gerade die Magazin kapazitiert erhöht Das ist wahrscheinlich nur für die Munition, die man mit sich führen kann Hey, Joel Ich hab was für dich Hier Maria hat's mir gezeigt Und ich, äh... Ich hab's geklaut Das ist doch nicht schlimm Tja, was man auch immer versucht Die Vergangenheit holt einen ein Danke Ich hab's mir gedacht, dass du siehst Ja, ich hab's mir gedacht, du siehst Ja, ich hab's mir gedacht, du siehst Jupp und da haben wir auch wieder mal ein paar Pfeile. Aber ich sehe es schon kommen wir müssen ins Dunkle in den Tunnel, aber immerhin sehe ich das kranken aus da im Hintergrund wie meinst du das ich bin mir da nicht so sicher. Oh. 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 Oh Jesus. Oh Jesus. Oh. 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 Ergutschau! Ah, fuck it. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Brother! Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Einfach weitermachen. Wo war Ellie denn verdammt nochmal, ey? Ja, das ging doch so gut voran. Fuck. Arschloch. 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 Oh, come on. Was macht er dir denn da oben? Hey, was machen wir, wenn du dabei bist? Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Das wird doch mal Zeit, ey. Das sollte man nicht unterschätzen in so einer Zombie-Apokalypse. Ich komm da nicht dran. Ich bin jetzt drüben. Okay, Moment. Okay, bleib einfach am Rand. Es ist flacher. Es ist eisig. Noch ein Comic. Okay. Okay. Okay.